so ist ja wieder live das ist stream ist offline es ist ein ob es ist online and is delivering samme special packets vor ip gut also da läuft es schon mal wieder jetzt wollen wir mal auf hitbox gucken was ist denn hier schon wieder falsch warum läuft denn das hier nicht warum ist das hier nicht online stehe ich nicht ich verstehe es nicht wenn es auf twitch tv live ist muss es hier auch live sein weil es er zeigt er sogar live an aber jetzt macht ein schwarzes bild ja dann möchte ich halt alle die leute eben bitten nur auf twitch tv zu gucken keine ahnung das ist merkwürdig mit hitbox so ab geht's hier kein schwarzes bild mir hoffe ich jetzt end of briefing also wir müssen der renor suchen ja der jim rainor das ist ein unbekannter menschen starkkraft universum der ist irgendwie immer nur um saufen und ballert mit so einem dicken gewehr um ja wir müssen wir erkennen gut kein problem und wir müssen dafür eine baracke bauer finden nein bild okay das sind unsere trupps ja wir wissen und sie langsam durchschleichen immer schön mit arm ruf ja alles einfach besser ist mit a klick das ist doch einer von uns wir brauchen wir brauchen kein gas gas ist unnütz wir müssen die jungs noch warum gibt gas jetzt schön komm her du musst hier mal ein bisschen scouten mein freund nein 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 hier hinfahren hier jungs kommt jetzt mal mit hier werdet euch hier ein bisschen aufspreaden und dann wird er hier ein bisschen patrouillieren ich habe nicht gesagt du sollst da reingehen mein freund das ist ein depot so viel du bist ein trocken wir müssen davon mehr bauen wir sollten hier arbeiten so dann können wir mal was bauen und zwar wir müssen meine baracke bauen baracke good unit ja hier bauen wir mal da ein ich würde sagen wir haben erst mal ein paar ein paar die patrouillieren da oben das ist gut wer schraubt das da zusammen dann können wir jetzt als nächstes hier mal so ein depot bauen wollen wir mal hier hin dann wollen wir das dann hinzu das sind jetzt sechs keine ahnung wie viel stück das sollte schon mal reichen warum arbeiten diese düsseldien dinger denn jetzt schon gar nicht äh reine amazingly Ich bin hier in diesem Faciliten. Ja, ich weiß! Anytime you're ready. Das sollte gut sein. Ich kann es Ihnen. Du willst ein piece of me, boi? Ja, Sir. Report für Duty. Ja, Sir. Affirmative. Ihr forces sind unter attack. Huh! Da kommen fiese böse Units. Wo ist der Jim Raynor? Da oben, ne? Der muss hier schön rumfahren. Oh, komm fahr bloß weg. Was du magst hier? Ihr forces are under attack. You want a piece of me, boi? Go, go, go. Let's move. Outstanding. Kann man denn das spielen mit Micron, ey? Das ist alles viel zu anstrengend hier. You want a piece of me, boi? Oh, I'm not for you to find it. Just to be right. I'll do it. Oh, yeah. This should be good. Oh, yeah. Sounds fun? You want a piece of me, boi? so ich muss hier immer nur so jungs bauen das ist alles ganz einfach ja es ist ein spiel merken schon das war damals voll geil und heute denkst du es ist scheiße wo man kein deutsch das müssen wir schon mal sagen Ich muss mal gucken, ich habe das auch irgendwie auf Deutsch, das Spiel, meine ich, gekauft. Das hat 99 Mark gekostet, ich weiß es noch, es steht nämlich drauf. Jungs, ihr sollt an den Patchen arbeiten. Und der andere von euch, der soll in dem Patch arbeiten, genau. Wir brauchen natürlich hier Jungs. Wir müssen uns hier schon mal so ein bisschen umgucken, dass da hier alles so abgeht, ja. Und natürlich SCBs-Position. Wenn wir von oben runterballern, bestimmt, oder? Aber der Computer ist nicht blöd. Yes, Sir. Not enough minerals. Anytime you're ready. This should be good. SCB, good to go, Sir. Right on. You want a piece of me, boy? Not enough minerals. Can I read you? Yes, Sir. Give me something to shoot. Rock it. Ah, da ist ein Vespinium-Galz hier, das ist gut. Go, go, go. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Schwammbau. You want a piece of me, boy? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Give me something to shoot. Rock and roll. Outstanding. Good to go, Sir. Orders, Captain. I read you. Jacked up and good to go. SCB, good to go, Sir. Rock and roll. I know you are. That's not fun. That's our Zerg. Zerg to be. Your forces are under attack. Ekelar, viel drin, ey. But I can still build a thing here. Oh, yeah. That's good. Sounds fun. Good to go, Sir. Oh, yeah. Und so, wir sollten es ja auch arbeiten. Not affirmative. Not affirmative. Not affirmative, hier. Bilden und ein R. Raffinerie. I can't build. SCB, good to go, Sir. You want a piece of me, boy? Order received. So, komm mal her. Wir brauchen ein neues Depot. You want a piece of me, boy? Und wir brauchen natürlich auch eine neue Raffinerie hier. Faracke meine ich natürlich. Not enough Minos. Und wohl, wofür hat er ja jemanden nicht, ja? Anytime you're ready. Oh, yeah. Trotzdem brauchen wir eine zweite Gewissschade. Can I read you? Yes, sir? Job's finished. Reporting for duty. What the hell is that? Looks like the ground there is alive. Ich sollte es ja nicht so weiter hinfahren. Lass doch mal die Jungs hier erstmal ein bisschen ballern. Was ist das? Meep-Kolonie. Ekelhaft. Ah, das ist was von uns. Ah, guck mal, was hier alles so ist. Das war eine Munition, das ist super. Flammenwerfer geil. Cool. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Yes, sir? Mhm. ch ев eres etc. O Axel.